Musik Wahrscheinlich durfte nur ein einziges Mal ein Kameramann die Bunkeranlagen Adolf Hitlers auf dem Gelände der Berliner Reichskanzlei filmen. Ende der 80er Jahre hatte die DDR beschlossen, die Hinterlassenschaften des Dritten Reiches zu beseitigen. Nahe der Mauer am Potsdamer Platz sollten Plattenbauten für verdiente Bürger entstehen. Bevor die Decke des Tiefbunkers abgetragen und sein Inneres mit Schutt gefüllt wurde, dokumentieren diese Aufnahmen, was damals von der Anlage noch übrig war. Hier verbrachte der Diktator die letzten zwölf Tage seiner Herrschaft. Es war erkennbar, dass da ein hoffnungsloser Mann vor einem steht. Hitlers Sekretärin tippte dort das Testament des Führers. Der Diktator schloss im letzten Moment den Bund fürs Leben. Da gab es weder Tag und Nacht. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann Tag war und wann Nacht war da unten. Das war ja richtig gesagt eine Gruft da unten. Das Ende des Dritten Reiches. Und das war mein Arbeitsplatz. In dieser unterirdischen Luftschutzanlage setzte Adolf Hitler am 30. April 1945 seinem Leben ein Ende. Was genau hier unten geschah, lässt sich nur anhand von Zeugenaussagen derer rekonstruieren, die dabei waren, als der Diktator sein ruhmloses Ende inszenierte. Es war so konsequent wie seine menschenverachtende Herrschaft. In den Mittagsstunden des 25. April schließt die Rote Armee den Belagerungsring um Berlin, der aber noch für Tage zahlreiche Lücken aufweisen wird. Hitler weigert sich beharrlich, eine Kapitulation in Erwägung zu ziehen und lässt bedenkenlos zehntausende Soldaten und Volkssturmmänner in den Häuserschluchten Berlins verbluten. Die Zustände in der Hauptstadt sind inzwischen chaotisch, denn in einigen Stadtteilen ist die Versorgung mit Lebensmitteln und Wasser zusammengebrochen. Die Gesellschaft im Führerbunker ahnt davon wenig. Hier ist die Versorgungslage entspannt. Die Reizkanzlei war an sich reich bestückt, also mit großen Vorräten. Sie stammten ja von besseren Zeiten her, wo eben dort große Empfänger und so weiter waren. Wir hatten also nie irgendwelche Sorge, dass wir zu knapp, also mit Verpflegung waren. Das gab alles reichlich. Amateuraufnahmen aus dem Führerhauptquartier aus besseren Tagen. Ein ganzer Tross von Adjutanten und Stabsoffizieren ist rund um die Uhr damit beschäftigt, ihren obersten Befehlshaber über die militärische Lage zu informieren. Auch im Führerbunker unter der Reichskanzlei sind Dutzende Militärs aller Truppenteile damit beschäftigt, die Illusion von Handlungsfähigkeit aufrecht zu erhalten. An eine mutige Aktion zur sofortigen Beendigung der Tragödie denkt offenbar keiner von ihnen. Es hätte nur eines einzigen mutigen Generals aus seiner Umgebung bedurft, ihm einfach den Hals zuzudrücken. Der Mann war ja so schwächlich, der hätte ja nichts mehr ausgehalten. Also es hätte sich nur einer opfern müssen aus seiner Umgebung, um diesem Elender sozusagen ein Ende zu machen. Und stattdessen haben sie alle ihr Männchen gemacht, haben ihre zynischen Bemerkungen gemacht, haben gesehen, dass sie irgendwie noch rauskommen. Oder wer nicht die Chance hatte, die Alkoholexzesse dort oder auch die Selbstmorde, die es gegeben hat, waren ja Hinweise darauf, dass eben diese Untergangsstimmung eben bei allen verbreitet gewesen ist. Aus ihrer Ehe mit dem industriellen Günter Quandt hat Magda Goebbels einen Sohn. Harald Quandt ist inzwischen 23 Jahre alt und dient dem Führer als Soldat. Am 28. April schreibt ihm seine Mutter einen Abschiedsbrief, der tiefen Einblick in ihre kranke Psyche bietet. Mein geliebter Sohn, nun sind wir schon sechs Tage hier im Führerbunker. Papa, deine sechs kleinen Geschwister und ich, um unserem nationalsozialistischen Leben den einzig möglichen ehrenvollen Abschluss zu geben. Unsere herrliche Idee geht zugrunde. Mit ihr alles, was ich Schönes, Bewundernswertes, Edles und Gutes in meinem Leben gekannt habe. Die Welt, die nach dem Führer und dem Nationalsozialismus kommt, ist nicht mehr wert darin zu leben. Und deshalb habe ich auch die Kinder hierher mitgenommen. Sie sind zu schade für das nach uns kommende Leben und ein gnädiger Gott wird mich verstehen, wenn ich selbst ihnen die Erlösung geben werde. Gestern Abend hat der Führer sein goldenes Abzeichen abgenommen und mir angeheftet. Ich bin stolz und glücklich. Gott gebe, dass mir die Kraft bleibe, um das Letzte, Schwerste zu tun. Wir haben nur noch ein Ziel. Treue bis in den Tod zum Führer und dass wir mit ihm und zusammen mit ihm das Leben beenden können, ist eine Gnade des Schicksals, mit der wir niemals zu rechnen wagten. Harald, lieber Junge, ich gebe dir das Beste noch auf den Weg, was das Leben nicht gelehrt hat. Sei treu. Treu dir selbst, treu den Menschen und treu deinem Land gegenüber. Sei stolz auf uns und versuche uns in stolzer, freudiger Erinnerung zu behalten. Einmal muss jeder Mensch sterben. Und ist es nicht schöner, ehrenvoll und tapfer kurz zu leben, als unter schmachvoller Bedingung ein Langes zu führen? Der Brief soll raus. Hanna Reitsch nimmt ihn mit. Sie fliegt nochmals raus. Ich umarme dich in innigster, herzlichster, mütterlichster Liebe. Mein geliebter Sohn. Lebe für Deutschland. Deine Mutter. Der Diktator zeichnet die Testpilotin Hanna Reitsch aus, die eine glühende, langjährige Bewunderin Hitlers ist. Am Abend des 26. April 1945 wagt die Fliegerin in Begleitung ihres ebenso fanatischen Gatten Ritter von Greim den riskanten Flug von München in das Zentrum der Hauptstadt. Den Wunsch, ihr Leben im Bunker zu beenden, lehnt Hitler ab. Sie bietet ihre Dienste als letzte Rettung an. Da war die Hanna Reitsch da und die hat Frau Goebbels gebeten, Frau Goebbels, wenn Sie hierbleiben wollen bei Ihrem Mann, das ist Ihre Sache. Aber die Kinder dürfen hier nicht bleiben, bitte. Das war ein Gejammer, das war ein Drama. Die Frau Reitsch wollte unbedingt die Kinder haben, die rauszufliegen. Ich fliege die Kinder raus, Frau Goebbels, bitte, wenn ich nach Hollenburg war, zu meiner Schwesterfahrt, dazu weiß kein Mensch, von wem die Kinder sind. Hier, sie kommt. Herzlich begrüßen die Jungen und Mädel den Flugkapitän Hanna Reitsch, die als einzige Frau für ihre Verdienste, die sie der kämpfenden Front als Versuchspilotin geleistet hat, vom Führer mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse ausgezeichnet wurde. Hanna Reitsch verlässt Berlin im letzten Moment, ohne die Kinder. Später wird bei ihr der Brief von Magda Goebbels beschlagnahmt. Reitsch gibt an, sie habe auch einen von Eva Braun ausgeflogen, der sei aber zu theatralisch gewesen, deshalb habe sie ihn vernichtet. In einem seiner letzten Auftritte in der Wochenschau vereidigt Heinrich Himmler Volkssturmmänner, die als letztes Aufgebot in den verlorenen Krieg ziehen müssen. Unablässig predigt er bei öffentlichen Auftritten den Glauben an den Endsieg. Tatsächlich verhandelt der zweitmächtigste Mann im Dritten Reich seit Wochen mit Vertretern der Alliierten. Vermittler ist der Vizepräsident des schwedischen Roten Kreuzes, Graf Volke Bernadotte, ein Verwandter des schwedischen Königs, der die Freilassung von Häftlingen aus Himmlers KZ-Imperium erreichen will. Der SS-Chef benutzt die Lagerinsassen skrupellos als Geiseln, um für sich eine Zukunft auszuhandeln. Nördlich von Berlin, in Hohen Lüchen, leitet ein Jugendfreund Himmlers ein luxuriöses Sanatorium der SS. Hier führt der Reichsführer ohne Wissen Hitlers sogar Gespräche mit Vertretern jüdischer Organisationen. Himmler ist nervlich extrem angespannt und kann sich nicht zu einer Teilkapitulation im Westen durchführen. Für den millionenfachen Massenmörder, der für Hitler den Völkermord an den Juden organisiert hat, ist die neue Rolle als Menschenfreund mehr als bizarr. Himmler ist noch unentschlossen, als die BBC am 28. April eine Nachricht verbreitet, die im Führerbunker wie eine Bombe einschlägt. Ein ganz entscheidendes Schlusserlebnis war ja also dann Himmlers Verhandlungsbereitschaft gegenüber dem Westen, über den Grafen Volke Bernadotte. Und das kam eben am, gegen Abend des 28. April kam das über Reuter, wurde es bekannt. Und das war eigentlich dann der Schlusspunkt. Von dann an hat Hitler eben auch klar gewusst, also jetzt ist nun der Treuste der Treuen, auf den er wohl am meisten gesetzt hatte, dass der also nun auch Verrat beging, wie das so von ihm bezeichnet wurde. Das war für ihn der Auslöser, nun jetzt an das Ende zu denken. Himmler widerspricht dem Radiobericht vehement. Hitlers Misstrauen aber ist geweckt. Der SS-Chef verhalte sich wie ein Staatsoberhaupt, findet der Diktator, als sei er selbst schon entmachtet. Das kann er nicht dulden. Hitler ist außer sich vor Wut. Der treue Heinrich sei ein Verräter, der ihm den Dolch in den Rücken stoße. In ihrem Verhör durch den amerikanischen Geheimdienst erinnert sich Hitlers Sekretärin Traudl-Junge auch an jenen 28. April 1945. Als ich Hitler an diesem Tag sah, stand er unter Schock. Eva Braun hat ihn einmal gefragt, warum der Reichsführer in diesen schweren Zeiten nicht an seiner Seite stünde. Hitler antwortete ihr, dass Himmler ihm draußen von größerem Nutzen sei, weil er Berlin so noch unterstützen könne. Nachdem die Nachricht von Himmlers Verrat ihn erreicht hatte, verband er rasch auch die Unfähigkeit der Steiner-Armee mit diesem Komplott. Alle anwesenden Personen versetzte die Meldung in eine Art Schockzustand. Auch Enttäuschung spielte mit hinein. Sie alle hatten Himmler für einen der fanatischsten und treuesten Gefolgsmänner Hitlers gehalten. Dass kurz zuvor auch Göring versucht hatte, Verhandlungen mit dem Feind aufzunehmen, sorgte bei ihm dagegen kaum für Überraschung. Nach diesem Vorfall wurde Hitler so argwöhnisch, dass er niemandem in seiner Umgebung mehr vertraute. Ganz besonders fürchtete er, dass Himmler vielleicht einen Anschlag plante, um ihn dem Feind lebendig auszuliefern. Hitlers Zorn richtet sich jetzt gegen alle Vertrauten des Verräters. Hermann Fegelein ist der Adjutant des SS-Chefs beim Führer. Gruppenführer Fegelein nimmt eine Sonderstellung ein, seit der Anfang Juli 1944 in Salzburg die jüngere Schwester von Eva Braun, Gretel, geehelicht hat. Einige aus dem Umkreis des Diktators glauben, der karrierebewusste SS-Offizier habe dies nur aus Kalkül getan. Im Bunker fällt Fegelein vornehmlich durch sein arrogantes Verhalten auf und durch vielsagende Äußerungen, er habe nicht vor, in Berlin zu sterben. Der Fegelein hat mich aus der Stadt angerufen und gefragt, wie ist die Lage. Ich habe ihm das am Telefon, wusste ja nichts, also wunderte mich nur, dass er also irgendwie von auswärts anrief, denn normalerweise hätte er eigentlich da im Bunker sein müssen, aber der hat sich kaum mehr im Bunker gezeigt. Und war also eben, hat er eben eine Wohnung dort, angeblich spielt er da irgendwie auch nur eine Frau und auch eine Rolle und so weiter. Und aber die Leute vom Sicherheitsdienst, die wussten, wo er war. Die Hescher finden ihn in seiner Wohnung in Charlottenburg, angeblich in Begleitung einer Freundin, betrunken und mit viel Geld, das er für seine Flucht in Tüten verpackt hat. Hitler lässt den Fahnenflüchtigen unverzüglich in die Reichskanzlei bringen. Ich mochte den Fegelein nicht, das war ein Filou. Aber trotzdem, ich kann eigentlich nicht verstehen, warum der Fegelein noch dran glauben musste. Es war so menschlich, er war jung verheiratet, seine Frau, die Schwester von der Eva erwartete ein Kind. Und er war Evas Schwager und ich hätte eigentlich gewünscht, dass er sagt, naja, ist verständlich, dass er da menschlich reagiert. Und wo er weiß, es ist alles verloren. Ich hab's eigentlich nicht verstanden. Fegelein soll Eva Braun vor seiner Verhaftung noch angerufen haben, um sie zum Verlassen des Bunkers zu bewegen. Er wird schließlich in eine improvisierte Zelle in der Reichskanzlei gesperrt. Als Himmler in Ungnade fällt, lässt der Diktator Fegelein zu sich bringen und beschimpft ihn, er sei Teil des Komplotts. Dann ist er vor ein Standgericht gestellt worden und muss dann wohl zugegeben haben, dass er von dem Himmler Verrat gewusst hat und ist dann zum Tode verurteilt worden. Und ich hab ihn dann noch gesehen. Ich saß mit Boll zusammen in meinem Bunkerzimmer mit offener Tür zu dem Kammenberggang, wo eigentlich praktisch alles, also da lang patrouillierte, was da irgendwie was zu tun hatte. Und da sah ich also, wie erstmal zwei SS-Soldaten kamen und dahinter der Fegelein und ich sah, dass sie ihm also die Schulterstücke abgerissen hatten, seine ganzen Orden also abgerissen hatten. Und dahinter nochmal zwei SS-Leute dahinter und wie er von denen abgeführt wurde. Es war klar, dass er dann immer erschossen wurde. Für Hitler ist die Hinrichtung Fegeleins offenbar ein Akt der Rache an seinem abtrünnigen Paladin Heinrich Himmler, der in den Augen des Führers den schamlosesten Verrat der deutschen Geschichte begangen habe. Für Josef Goebbels ist die Entmachtung der alten Rivalen Göring und Himmler ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum großen Ziel. Er will der Treueste der Treuen sein. Einziger Konkurrent um die Gunst des Führers ist jetzt Parteisekretär Martin Bormann, der das uneingeschränkte Vertrauen Hitlers genießt. Bormann allein kontrolliert den Zugang zum Diktator. Wer aus dem oberen Teil des Bunkers unter der Reichskanzlei in den Tiefbunker gelangen will, braucht seine Genehmigung. In der 250 Quadratmeter großen Betongruft halten sich nur noch eine Handvoll enger Mitarbeiter auf, die ihrem Chef jederzeit zu Diensten sind. Wie üblich wurden wir auch in der Nacht zum 29. April zum Tee mit Hitler gebeten. Als ich in den Raum trat, kam Hitler auf mich zu und sagte, dass er mir noch etwas diktieren wolle. Wir gingen in das Zimmer nebenan und dort diktierte mir Hitler sein privates und politisches Testament. Dass der Diktator seinen letzten Willen niederschreiben ließ, ist allgemein bekannt. Doch existieren die Originale noch? Und wenn ja, wo? In College Park bei Washington befindet sich das Nationalarchiv der USA. Nur mit einer Sondergenehmigung dürfen die wertvollsten Schätze der Sammlung gefilmt werden. Die Chefarchivarin persönlich hat die graue Archivbox aus dem Panzerschrank geholt. Darin befindet sich ein unscheinbares Album. Für den großen Moment wird es vorsichtig auf einem Tisch drapiert. Es enthält die Originale aus jener Nacht im Führerbunker. Diese Dokumente werden an einem besonders gesicherten Ort aufbewahrt. Sie werden nicht in den Lesesaal ausgeliehen. Wir haben sie gescannt, damit die Öffentlichkeit Zugang zum Erscheinungsbild und zum Inhalt hat. Die Originale verwahren wir zusammen mit anderen historisch und inhaltlich wertvollen Dokumenten. In dem politischen Testament hat Hitler offenbar die letzte Möglichkeit gesehen, um sich zu rechtfertigen. Bei dem Diktat erinnere ich mich noch, da stand das am Tisch mit den Händen so aufgestürzt und hat eigentlich monoton und auch mit ausdruckslosem Gesicht diesen Text diktiert. Ohne Stocken, auch wenig gezögert, eigentlich ganz fließend, sowohl das private als auch das politische Testament. Und ich habe genauso automatisch das niedergeschrieben. Und das war das erste Mal, dass er ins Stenogramm diktiert hat. Er hat früher alles andere immer gleich in der Maschine diktiert. Die Situation war so, ja, ich glaube, man kann es im Schockzustand vergleichen, wo man automatisch handelt, wo man nicht denkt und fühlt. Ich habe das Stenogramm genommen, bin in den Nebenraum gegangen, habe angefangen, das abzutippen. Hitlers letzte schriftliche Äußerungen sind eine einzige Rechtfertigung seiner Schreckensherrschaft mit altbekannten Phrasen, die an mein Kampf erinnern. Als indirektes Eingeständnis der Verantwortung für den Holocaust muss die Aussage gelten, das Judentum sei Schuld am Krieg und habe zu büßen. Er hat schon einen irgendwie erloschenen und erstarrten Eindruck gemacht. Aber das ging für uns, die wir täglich mit ihm zusammen waren, war das so ein schleichender Prozess. Vielleicht haben sich alle irgendwie auch verändert in dieser Zeit. Äußerlich sind etwas grau und verfallen gewesen. Aber für ihn, bei ihm war schon sehr deutlich zu erkennen, seine ganze Körperhaltung, sein ganzer Gesichtsausdruck, er hatte kein Leben mehr. Die Augen, die doch früher so intensiv waren, die waren irgendwie erloschen. Also es war erkennbar, dass da ein hoffnungsloser Mann vor einem steht. In seinem privaten Testament vermachte alle Besitztümer der Nazipartei, sollte diese nicht mehr existieren, dem Staat. Und Hitler enthüllt für die Nachwelt, dass er seine vor der Öffentlichkeit verborgene Geliebte zur Frau genommen hat. Eva Braun eröffnete mir und Frau Christian am Nachmittag, dass es am Abend Anlass geben würde, ein paar Tränen zu vergießen. Auf unsere Frage, ob Hitler etwa beabsichtige, noch in dieser Nacht Selbstmord zu begehen, antwortete sie mit einem Nein. Der Grund sei ein anderer. Eva Braun hat an dem Tag etwas ganz Merkwürdiges gesagt. Die hat zu mir gesagt, heute werden sie noch weinen. Da habe ich gedacht, es ist schon soweit. Denn sie hat immer gesagt, der Führer wird es schon sagen, wenn der Tag kommt, wo er sich umbringen wird. Und dann hat sie gesagt, nein, 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 nicht das. Und sie hat eben gemeint, sie wusste, dass sie heute noch heiraten wird. Ich selbst und meine Gattin wählen, um der Schande des Absetzens oder der Kapitulation zu entgehen, den Tod. Der Wortlaut dieses Testaments offenbarte, dass Hitler vorhatte, Eva Braun zu heiraten, um sich dann mit ihr gemeinsam das Leben zu nehmen. Noch während ich das Manuskript ins Reine tippte, fand die Trauungszeremonie statt. Als Zeugen unterschreiben am 29. April morgens um 4 Uhr Sekretär Martin Bormann und Luftwaffenadjutant Nikolaus von Beelow. Während Traudel Junge die Testamente ausfertigt, haben sich Eva Braun und Adolf Hitler kurz nach Mitternacht das Ja-Wort gegeben. Seit Mitte der 30er Jahre ist die Blondine die Frau an des Führers Seite. Doch bei offiziellen Anlässen muss sie sich im Hintergrund halten. Nur im privaten Kreis wissen alle Bescheid. Auch das Original der Heiratsurkunde wird im Nationalarchiv der USA aufbewahrt. Ein bizarres Dokument der Bürgerlichkeit inmitten des Chaos. In Gegenwart von Zeugen fragt der Standesbeamte Stadtrat Walter Wagner die bei Eheschließungen üblichen Formeln ab. In dem Erdgeschoss der Reichskanzlei, da war so ein Saal, da hat man notdürftig so eine Art Traualtar oder Tisch hergerichtet. Und als sie zurückkam und dann ihre Unterschrift unter den Ehevertrag gesetzt hat, da hat sie dann die Glückwünsche entgegengenommen. Und da bin ich auch noch in dieser Reihe mit dabei gewesen. Aber dann, als der kleinere Kreis dann in das Arbeitszimmer von Hitler ging, um noch ein Glas Sekt zu trinken und die Hochzeit zu feiern, da war ich nicht dabei. Dann waren natürlich die Adjutanten, die bis dahin immer gnädiges Fräulein gesagt haben oder Fräulein Braun, die mussten plötzlich noch Frau Hitler sagen. Und ich weiß gar nicht, kann mich gar nicht erinnern. Ich glaube, das hat manchen gewisse Schwierigkeiten noch gemacht. Wahrscheinlich stimmte Hitler der Heirat nur zu, um Eva Braun einen Gefallen zu tun. Beinahe hätte die Braut unter dem krakeligen Namenszug des Gatten mit ihrem Mädchennamen unterschrieben, doch gerade noch rechtzeitig besinnt sie sich auf ihren Neuen. Danach saß Hitler noch etwa eine Stunde mit seiner Frau, dem Ehepaar Goebbels, den generellen Krebs und Burgdorf, Dr. Naumann und seinem Adjutanten von Below zusammen. Ich habe von dem Gespräch nichts mitbekommen, war aber für ungefähr 15 Minuten auf der Feier anwesend, um den frisch Vermählten meine Glückwünsche auszusprechen. Hitler sprach über das Ende des Nationalsozialismus, der seiner Meinung nach so bald nicht wieder aufleben würde. Er sagte auch, dass der Tod für ihn persönlich eine Erlösung sei von den vielen Problemen und einem sehr harten Leben. Es fiele ihm nun leichter, da er von seinen besten Freunden in solch gemeiner Art und Weise betrogen und von so viel Verrat umgeben sei. Im zweiten Teil des politischen Testaments regelt der Diktator seine Nachfolge. Göring und Himmler werden aus Partei- und Staatsämtern verstoßen. Reichspräsident und oberster Befehlshaber der Wehrmacht soll Großadmiral Karl Dönitz werden, der sich in Schleswig-Holstein auffällt. Am Schluss fordert Hitler die Nation auf, die Rassegesetze einzuhalten und dem Judentum unbarmherzig Widerstand zu leisten. Da habe ich das Gefühl gehabt, jetzt kommt der Augenblick der Wahrheit. Jetzt werde ich als Erste und Einzige erfahren, warum das alles so zu Ende geht und warum diese Katastrophe passiert ist. Und ich habe eigentlich gedacht, Hitler findet auch Worte der Entschuldigung für alles, was jetzt noch am Ende passiert oder dass es einfach so missglückt ist. Und ich bin dann eigentlich ganz erstarrt gewesen und irgendwie fassungslos, dass dieses Testament im Grunde nur die alten Parolen wiederholt hat. Und auch, aber auch doch ganz deutlich gesagt hat, dass der Nationalsozialismus mit ihm zu Ende geht und dann trotzdem aber eine Nachfolgeregierung ernannt hat. Das alles fand ich also ungeheuer verwirrend, noch während er das diktiert hat. Josef Goebbels soll Nachfolger als Reichskanzler werden. Das neue Kabinett besteht aus den letzten Getreuen des Führers aus Staat, Partei und Wehrmacht. Hitler fordert sie auf, seinen Weg mit aller Härte fortzusetzen. Die von zitternder Hand geschriebene letzte Unterschrift des Diktators, der zwölf Jahre lang über Leben und Tod gebot. Ich fertigte insgesamt drei Fassungen von Hitlers Testament an. Er diktierte es mir aus dem Kopf und nahm, wenn ich mich recht erinnere, auch keinerlei Änderungen mehr vor, nachdem er es unterzeichnet hatte. Nur die Liste der Personen, die er als Mitglieder der Nachfolgeregierung bestimmt hatte, wurden von ihm, Goebbels und Bormann diskutiert. Ich erhielt die Liste erst, nachdem ich bereits damit begonnen hatte, den Stenotext ins Reine zu tippen. Alle drei Fassungen des Testaments wurden persönlich von Kurierinnen bei ihren Empfängern abgeliefert. Eine Kopie erhielt Dönitz, eine weitere General Schörner. Ich kann mich nicht daran erinnern, wer die dritte Ausführung des Testaments erhielt. Nachdem ich mit Hitlers Testament fertig war, tippte ich Goebbels letzten Willen. In der Zwischenzeit war fast die ganze Nacht vergangen. Danach verbrachte ich noch etwa eine Viertelstunde in Hitlers Gesellschaft, mehr nicht. In den Morgenstunden des 29. April 1945 beginnt der Sturm der Roten Armee auf das Zentrum Berlins. Von Kreuzberg her stoßen die Truppen von Marschall Chuikow Richtung Potsdamer Straße vor. Drei Kurierer werden von Bormann mit den Originalen der Testamente losgeschickt. Sie sollen sich durch die sowjetischen Linien schlagen und die Dokumente auf kürzestem Weg zu den Adressaten bringen. Der Wirklichkeit vollkommen entrückt, prophezeit Hitler in seinem letzten Willen das Wiederaufleben seiner Ideen. Aus dem Opfer der Soldaten und seinem eigenen Tod an ihrer Seite werde die Renaissance des Dritten Reichs hervorgehen. Der sechsjährige Kampf, so heißt es im politischen Testament, werde als ruhmvollste und tapferste Bekundung des Lebenswillens eines Volkes in die Geschichte eingehen. Von den Millionen Opfern des Diktators ist keine Rede. Inzwischen herrscht heillose Verwirrung, wo genau in Berlin die Frontlinien verlaufen. Stabsoffiziere rufen Privatnummern an, um in Erfahrung zu bringen, welche Stadtteile oder Straßenzüge noch nicht in sowjetischer Hand sind. Die Rote Armee ist Luftlinie nur noch etwa 400 Meter von der Reichskanzlei entfernt. Nur kurze Zeit bleibe dem Diktator noch, glauben seine Militärs. In den späten Morgenstunden ging ich zurück in die Bunkerräume Hitlers, um zu sehen, ob sich in der Zwischenzeit irgendetwas getan hatte. Dort bemerkte ich das rege Kommen und Gehen der Kuriere von der Front. Hitler war sichtlich angespannt und wanderte ruhelos durch die Räume. Er sagte, nun wolle er nur noch die Bestätigung abwarten, dass die Kuriere mit den Testamenten an ihre Empfänger gelangt seien. Dann wolle er Selbstmord begehen. Als seinen Testamentsvollstrecker setzt Hitler Martin Bormann ein. Für besondere Treue wird der Sekretär mit dem Amt des Parteiministers belohnt. Ihm obliegt es, für den reibungslosen Ablauf des letzten Akts zu sorgen. Beim Original des Testaments befindet sich ein Begleitschreiben Bormanns an Großadmiral Dönitz, in dem er die Lage als hoffnungslos bezeichnet. Der Kampfkommandant von Berlin, General Helmut Weidling, erinnert sich später an jenen 29. April. Die Katastrophe war unabwendbar, wenn der Führer seinen Entschluss nicht umstieß, Berlin bis zum letzten Mann zu verteidigen und wenn er um einer verrückten Idee willen alles opferte, was in dieser Stadt lebte und kämpfte. Wir zerbrachen uns die Köpfe über die Frage, wie man das Schicksal wenden könnte. Der Führer muss doch begreifen, dass auch der tapferste Soldat ohne Munition nicht kämpfen kann. Der Kampf entbehrte der Idee und des Sinnes. Eigentlich spielte sich das dann zum Schluss eigentlich alles so ab, dass die Leute sich nur überlegten, wie bringe ich mich um. Also nehme ich die Pistole, erschieße ich mich oder nehme ich die Kapsel. Also diese Cyan-Kali-Kapseln waren ja weit verteilt, ich hatte keine, aber die oberen Leute, die da waren, hatten sich solche Kapseln besorgt. Man hat ans Denken überhaupt nicht mehr den Verstand gehabt, einfach drauf zukommen lassen. Mein einziger Gesprächsfartner war mein Nachbar der Henschel, der für die Technik zuständig war. Ich habe gefragt, Hannes, du hast doch hier beim Bau des Bunkers alles erlebt, ist der Bunker so gebaut, dass der gesprengt werden kann? Was meinst du? Ach was, das wird nicht gesprengt. Ich habe in der neuen Rechtskanzlei beim ersten Mal den Gestapo-Müller gesehen und wir sind die Letzten. Ob wir umgebracht werden? Tatsächlich, so haben wir uns unterhalten. Was fiel der Gestapo-Müller hier? Wir waren noch nie zu irgendeiner Besprechung oder zumindest in meiner Anwesenheit. Wir haben uns da Sorgen gemacht, ob wir umgebracht werden. Ich habe natürlich auch daran gedacht, dass es wahrscheinlich das Ende sein würde, aber andererseits hat sich mit mir alles drin gewehrt. Ich wollte dann nicht wie eine Ratte da in dem Bunker erschlagen werden und habe mir natürlich Gedanken gemacht, gibt es noch irgendeine Möglichkeit, irgendwie rauszukommen. Während die Rote Armee Richtung Reichskanzlei vorrückt, verlieren die Militärs im Bunker endgültig die Übersicht. Der Oberbefehlshaber der Wehrmacht und seine Generäle wissen nicht, was an den Fronten los ist, denn die Verbindung zum Oberkommando ist abgerissen. Weil Hitlers Militärs seit Tagen keine Nachricht mehr von General Wenck erhalten haben, fassen einige Adjutanten einen kühnen Plan, um dem Tod im Bunker zu entrinnen. Sie wollen durch die sowjetischen Linien brechen und mit der 12. Armee Verbindung aufnehmen. Hitler hatte damals schon vollkommen abgeschlossen. Und er hat das dann genehmigt. Und wir haben uns dann offiziell bei ihm abgemeldet, nicht? Am Mittag des 29., 24 Stunden vor seinem Tod. Er war vollkommen gesammelt, hat sich ungefähr eine halbe Stunde mit uns unterhalten noch, wie wir rauskommen wollten, hat sich das genau erklären lassen. Und da kam er auf die Idee, ach wissen Sie, Sie müssen sich ein elektrisches Motorboot nehmen. Und ich dachte, um Gottes Willen, mit einem Panzerkreuzer wollen wir das nicht machen. Er sagte, er ist doch geräuschlos und so weiter und so weiter. Aber ich meine, die Havel ist immerhin da unten zwei Kilometer breit. Aber dann mit einem Ding da loszufahren, dass da immerhin zwei Meter bestimmt hoch ist, das wäre wohl nicht das Richtige gewesen. Aber ich habe mich also über das Transportvehikel dann letzten Endes also nicht mit ihm eingelassen, über die Diskussion darüber. Aber ich hatte irgendwie den Eindruck, irgendwie war er eigentlich neidisch. Da sah er noch zwei junge, kräftige Burschen da vor sich stehen und er war eben einfach körperlich eben nicht mehr in der Lage, so ein Unternehmen überhaupt ernsthaft sich zu überlegen und dass für ihn das alles aus wäre. Den Offizieren gelingt die abenteuerliche Flucht durch das brennende Berlin nach Westen, wo sich fanatische Hitlerjungen im Olympiagelände verschanzt haben. In der folgenden Nacht rudern sie die Havel herunter, erreichen Potsdam aber erst, als alles vorbei ist. Ein deutscher Soldat schreibt in sein Tagebuch Leichter Verwundete finden kaum noch irgendwo Aufnahme. Die Zivilisten fürchten sich, verwundete Soldaten und Offiziere im Keller aufzunehmen. Zu viele sind als echte oder vermeintliche Deserteure erhängt worden. Fliegende Feldgerichte tauchen heute bei uns besonders häufig auf. Meistens ganz junge SS-Führer. Kaum eine Auszeichnung. Blind und fanatisch. Die Hoffnung auf Entsatz und gleichzeitig die Furcht vor den Gerichten rappelt die Männer immer wieder auf. Eva Braun erwähnte gegenüber Hitler die vielen Frauen, die sich vor den Russen in den Bunker geflüchtet hatten. Krankenschwestern, BDM-Mädchen und so weiter. Sie würden jetzt im Bunker als Küchengehilfinnen arbeiten. Später am Nachmittag befahl Hitler dann allen Frauen, die im Bunker arbeiteten, oder sich dort aufhielten, zu ihm in den Führerbunker zu kommen. Er reichte jeder persönlich die Hand und dankte den Frauen für ihren Einsatz. Dabei lächelte er sie an und fragte sie nach ihren Zukunftsplänen. Er klopfte ihnen auf die Schulter und damit waren sie entlassen. Dass das ein Abschied war, ahnten sie nicht. Die SS-Ärzte Ernst-Günter Schenk und Werner Hase tun in einem Behelfslazarett in der Reichskanzlei Dienst. Schenk erinnert sich an die seltsame Abschiedsszene. Hitler kam aus dem unteren Bunker herauf und ich sah ihn so etwas von oben auf vielleicht ein, zwei Meter Entfernung und war also entsetzt. Das war kein Mensch mehr, der war nicht mehr diesseitig und in dem Moment begriff ich, dass wirklich alles kaputt und verloren war. Und die eine Schwester drehte da bei diesem Anblick durch und sagte, Heil, mein Führer, wir folgen dir bis zum Tode und so weiter. Und da sagte er dann nur mit seiner Stimme, man soll sich seinem Schicksal nicht feige entziehen wollen, drehte sich rum und ging dann wieder in seine Räume. Und dann habe ich eine kurze Zeit später nochmal gesehen, da unten, ich ging da auf die Toilette und kam zurück und da saß er zusammen mit Hase in dem kleinen Gang und da hat ihm Hase die sichere Wirkung der Blausäure demonstriert, indem er dem Hunde Blondi, dem Lieblingsschäferhund Hitlers, eine solche Kapsel ins Maul steckte und dort zerdrückte und Hitler zeigte, wie schnell das Tier tot war. Man muss Blausäure-Kapseln in den Mund nehmen, zerbeißen und im selben Moment, so indem man sie zerbeißt, auch die Pistole abdrücken, dann ist man sicher entweder so oder so ganz sicher tot. Frau Christian und ich hatten Hitler gebeten, auch uns eine Giftampulle zu geben, da wir von den Russen nichts Gutes erwarteten. Zuerst probierte Hitler das Gift aber an seinem Hund aus. Er war misstrauisch, da Himmler ihm die Ampullen gegeben hatte und er zweifelte an der Wirksamkeit des Gifts. Erst als der Hund nur wenige Sekunden nach der Einnahme verendete, gab er auch uns die Ampullen. Er sagte, es täte ihm leid, dass er uns zum Abschied kein schöneres Geschenk machen könne. Wir seien sehr mutig und er wünschte, seine Generäle hätten so viel Mut und Courage wie wir Frauen. Danach gingen wir und legten uns ein paar Stunden schlafen. Doch bald wurde ich wieder geweckt vom Höllenlärm des Artilleriefeuers und der Bomben draußen. Ich ging zurück in Hitlers Bunkerräume und wartete auf die Entscheidung. Ich beschäftigte mich auch mit den Goebbelskindern und ging in die Küche, um Kaffee zu kochen. Das Oberkommando erhält abends um elf einen Funkspruch Hitlers, in dem der Diktator sich nach den Standorten der 9. und der 12. Armee erkundigt. Um kurz vor drei antwortet Feldmarschall Wilhelm Keitel aus seinem Hauptquartier, die genannten Einheiten seien nicht in der Lage, ihren Angriff auf Berlin fortzusetzen. Entsatz von Berlin und Wiedereröffnung Zugangs von Westen her nicht mehr zu erhoffen, heißt es in dem Funkspruch. Schlage Ausbruch über Potsdam zu Wenk vor, andernfalls Abflug des Führers nach Südraum. Nun ist vollkommen klar, dass es keine Hilfe von außen mehr geben wird. Im Führerbunker steht das Ende unmittelbar bevor. Die Situation, als Hitlers Selbstmord geplant und dann ausgeführt hat, die war so extrem. Da waren alle, die in dem Bunker noch versammelt waren, irgendwo in einem merkwürdigen Zustand. Der irrealen, das war wie ein Schockzustand. Da waren keine normalen Emotionen mehr erkennbar. Wir haben uns alle wie Marionetten bewegt, habe ich das Gefühl. Das wurde dann so hingenommen, nach außen hin ruhig. Aber ich glaube, es hat doch jeder mit seiner Angst und mit seiner Sorge gekämpft. Beim Essen sagte Hitler dann, dass es für ihn keinen anderen Ausweg gebe als Selbstmord. Er wollte niemals, weder tot noch lebendig, in die Hand der Feinde fallen. Er hatte vom schmachvollen Tod Mussolinis gehört und erwartete ebenso behandelt zu werden. Er könne auch nicht an der Seite seiner Soldaten kämpfen, denn im Falle seiner Verwundung wäre niemand in der Nähe, ihm den Gnadenschuss zu geben, sollte er dazu selbst nicht mehr in der Lage sein. Er erschien mir ruhig und gefasst. Auch Eva Braun schien sich selbst gut im Griff zu haben, obwohl ich wusste, wie sehr sie die Wirkung des Gifts fürchtete, das sie seit Tagen mit sich herumtrug.